So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und eigentlich ist es Montag nach 20 Uhr. Ich wäre jetzt eigentlich online bei Chill mit Ramses und wir würden zusammen streamen, aber Kabel Deutschland hat mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn das Internet ist tot. Das heißt, statt Chill mit Ramses gibt es einfach nur Langweilen mit Ramses und ich werde die Gelegenheit jetzt nutzen, da die Levelerweiterung schon online ist und auch die Platin-Medaillen, das wir mal zusammen in die App reinschauen, denn normalerweise müssten jetzt die neuen Medaillen aufploppen mit dem Fortschritt, den man hat, plus die Platin-Medaillen, die man schon erreicht hat, müssten aufploppen und ich habe ja eh gesagt, sobald die Platin-Medaillen da sind, würde ich dazu gerne mal ein Video machen, um zu schauen, welche habe ich denn schon, wo habe ich schon Platin, wo hatte ich Gold und jetzt Platin, wo fehlt generell noch was, wie viele Platin-Medaillen haben wir, was gibt es für neue Medaillen, was ist mit der Levelerweiterung, wir gehen zusammen jetzt mal fix hier rein, gucken uns das mal an, der richtige Account ist auf jeden Fall drauf und ihr seht, da kommt auch schon die erste Platin-Medaille, verteile in Arenen 15.000 Bären. Habt ihr die auch? Schreibt es mal in die Kommentare, okay, dann geht es weiter mit Fange 2500 Pokémon vom Typ Stahl. Ist auf jeden Fall auch im Sack. Stahl war eine der schwierigeren Medaillen, denn, äh, ja, was gab es damals für Stahl-Pokémon eigentlich? Nichts, Magnetilo und das war sauselten. Erst mit den weiteren Generationen sind immer mehr Stahl-Pokémon dazugekommen, das heißt, wer von Anfang an gespielt hat, hat für die noch mit am längsten gebraucht. Das sind jetzt wieder Luxusprobleme, die Leute, die jetzt erst anfangen, sagen, hä, Stahl sitzt an jeder Ecke. Bei uns war das damals noch was anderes. Wir mussten gucken, wie kriegen wir die Drachen-Medaille voll? Wie kriegen wir die Stahl-Medaille voll? Das ist also interessant, auch mal von einem erfahrenen Pokémon-Go-Spieler zu hören, wie das damals gelaufen ist. 2500 Elektro-Pokémon haben wir mitgenommen, 2000 verschiedene Pokestops. Das ist also auch richtig cool. Auch Platin hier dann. Tausche Pokémon über insgesamt 10 Millionen Kilometer. War ja eine Million, jetzt 10 Millionen. Ist natürlich auch fertig. Das ist sehr gut. Laufe 10.000 Kilometer. Zack, ist im Sack. Ist auch fertig. Was steht da eigentlich für ein Verbrecher rum und beobachtet mich die ganze Zeit? Fange 2500 Pokémon vom Typ Eis. Ist auch fertig. Genauso wie besiege 10 verschiedene Pokémon-Arten in Raids. Das ist eine neue Medaille, oder? Ist die auch schon Platin? Was gibt es denn sonst? Vor allem verschiedene Pokémon-Arten. Die müsste eigentlich 100 sein oder so mindestens als Platin. Oder ist das so 1, 3, 5 und Platin dann 10? Jedes andere Pokémon hat auch an sich eine andere Art und wer viel raidet, die ganzen legendären Raid-Bosse, das ist doch, jedes hat fast eine verschiedene Art. Also muss ich mir gleich nochmal genauer angucken, auch die Vorstufen. Wenn man die Vorstufen dann noch sieht überhaupt. Fange 2500 Boden-Pokémon. Haben wir hier auch bekommen. Registriere 100 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Joto-Region entdeckt wurden. Ist auch fertig. Genauso wie hier 2500 Feldforschungsaufgaben. Also wenn es weitergeht, haben wir alles schon auf Platin, oder? 2500 Wasser-Pokémon. 50.000 Pokémon fangen. Das ist auch Platin. Ich kenne den anderen Wert gar nicht mehr. Waren das 10.000? 2500 vom Typ Kampf ist auch fertig. Genauso wie 2500 vom Typ Gift. 2500 vom Typ Unlicht. 2500 vom Typ Käfer. 2500 vom Typ Flug. Eigentlich passt mir das gerade, dass der Stream ausfällt. Denn nachher wäre ich um 11 in die App. Hätte Geschenke machen wollen. Und hätte die ganzen Medaillen schnell überfliegen müssen und wegdrücken. So habe ich Zeit, das jetzt durchlaufen zu lassen. Aufzunehmen und da ein Medaillen-Video draus zu machen. Dann haben wir 2500 Typ Gestein. Wir haben Gewinne 100 Rates mit einem Freund. Sind das auch also eine ganz neue Medaille. Das ist natürlich easy. Ihr wisst... Ja gut. Solo-Rates zählen da nicht. Aber ansonsten, wenn man raidet, man raidet ja eigentlich nie mit Fremden. Man raidet ja eigentlich trotzdem mit Leuten, mit denen man befreundet ist. Jetzt im Zeitalter der Fan-Raids. Damit euch jemand einladen kann, müsst ihr euch ja mit dem anfreunden. Und jeder Fan-Rate zählt da also dazu. Man könnte auch sagen, mach 100 Fan-Raids. Schon würde das so drin sein. Vor den Fan-Raids konntet ihr natürlich mit eurer Community raiden. Wenn ihr da befreundet wart mit 10 Leuten und alle waren im selben Raid. Zählt das dazu? Na gut. Ob 10 Leute oder einen... Ein Leute, ne. Es ist ja der Raid an sich, der als einer zählt. Da ich jeden Tag meinen täglichen Raid-Pass wegmache und mit 6 Accounts und 6 Handys rausgehe, den täglichen Raid-Pass wegmache, kommt also jeden Tag da ein Nenner drauf. Da ich ja mit den anderen Accounts alles befreundet bin. Dann haben wir hier Verteidiger-Arenen für 15.000 Stunden. Fange 2500 Pokémon vom Typ Geist. Tausche 2500 Pokémon. Äh, werde beste Freunde mit 20 Trainern. Wie viel ich da hab? Gut, das können wir uns gleich alles angucken. Die ganzen Statistiken, wie viel wir wirklich drauf haben. Oh, jetzt. Verwende ein Log-Modul, um einem anderen Trainer beim Fangen von 500 Pokémon zu helfen. Die ist auf Gold. Die ist neu. Die ist direkt auf Gold. Wie viel hab ich? Also wie viel braucht man für, vielleicht 1000 braucht man dann für, ähm, Platin. Mal gucken. Schauen wir uns dann in Ruhe an. Das ist auch komisch. Ich muss ein Log-Modul setzen und dann zählt das, wenn ein anderer ein Pokémon aus meinem Log-Modul fängt. Und wenn er es nicht fängt, zählt das nicht dazu, wenn es ihm flieht. 2.500 Pflanze haben wir auf jeden Fall noch. Besuche 50.000 Pokestops. Ach so, ja, nee, das andere war... Ach, keine Ahnung. Brüte 2.500 Eier aus. Da hätten sie eigentlich auch noch mehr machen können. 2.500 Typ normal. Gewinne 4.000 Arena-Kämpfe. Also 4.000 auch übelst niedrig. Ich muss mich ja in jede Arena reinkämpfen. Entwickele 2.000 Pokémon. Auch hier Gold. Was ist das? Erreiche 50 Mal eine Pokémon-Fang- oder Pokestop-Dreh-Serie von 7 Tagen. Eigentlich habe ich gedacht, ich habe die bisher immer geschafft. Wer hat die direkt auf Platin? Schreibt es mal rein. 50 Mal klingt auch nicht so viel. 50 Mal sind 50 Wochen. Seit wann gibt es das? Mit den Stempeln, mit den 7 Tagen. Müssen wir mal nachgucken. Ein, zwei Mal habe ich vielleicht was verkackt. Trotzdem, die kommt auch mit der Zeit. Auch eigentlich coole Medaille, neue Medaille. 2.500 Typ Fee. 1.000 Pikachu. Pikachu kommt eh bei jedem Event. 2.500 Typ Feuer. 2.500 Typ Psycho. 151 in der Kando-Region. Wunderbar. Und dann haben wir gewinne 2.000 legendäre Raids. Wuhu. Die ist auch schon fertig. Die alte war ja 1.000 legendäre Raids. Jetzt habt ihr 2.000 legendäre Raids. Und habt ihr auch direkt schon fertig. Kritisch wird es dann bei Champions. Bei den normalen Raids. Denn da war es schon schlimm genug. Die fertig zu kriegen auf 1.000. Weil ich nicht wusste was ich raiden soll. Da ich eigentlich immer nur 5er raide. Was soll man jetzt noch raiden? Ich gehe doch nicht raus und raide irgendwelche Starter. Die ich schon am Sea Day 100.000 Mal gefangen habe. Also das wird schwer. Das ist auf jeden Fall nur eine Goldmedaille dann. Die es dann aber auch nicht anzeigt. Weil die ja nichts Neues ist. Glückwunsch. Du hast eine Medaille verdient. Erreiche Level 40 bis zum 31. Dezember 2020. Haben wir jetzt auch schon dabei. Können wir ein Thumbnail packen. Das ist ja die, die jetzt alle haben wollen. Und so wie es aussieht, sind die Medaillen jetzt auch alle durchgerutscht. Dann müssen wir mal gucken, was noch aussteht. Ganz zuallererst will ich jetzt mal kurz hier reingucken. Es sind keine Raids da. Aber wahrscheinlich ist dieses Psi Yao jetzt ja auch trotzdem in Raids. Was ihr raiden könnt. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich zuerst draufdrücken soll. Ich drücke mal ganz vorsichtig hier. Wir haben immer noch... Oh, wir haben nicht mehr 200 Anfragen. Sondern nur noch 198 Anfragen. Das ist aber schön. Wir gehen mal auf Du. Wir sehen hier auch schon... Ja, das verstehe ich... Das verstehe ich trotzdem aber nicht. Wir haben 288 Millionen von 6 Millionen, die wir dafür dieses Level brauchen. Insgesamt habe ich 308 Millionen. Es sagt mir hier, ich habe 288 Millionen von 6 Millionen. Weil das die 20 Millionen abzieht, ja. Gut. Na, dann hat es wieder Sinn. Es hat wieder Sinn, alles klar. Passt schon. Ähm... Wo sind hier die Teile? Wo sind hier die... Hier sind die ganzen. Hier sind die ganzen Medaillen. Wir haben also hier Pokémon Go Fest, Chicago, Dortmund, Montreal, St. Louis, Liverpool, Philadelphia, weltweit. Das war so das Go Fest dieses Jahr gewesen. Eine kolossale Entdeckung. Illusion untersuchen. Spezial-Wochen-Event, äh, Wochenende in 7-Eleven, Mexico. Auckland City Spotlight. Busan City Spotlight. Tainan City Spotlight. Pionier 40. Level hier. Wisst ihr Bescheid? Jogger. Genau. 1.000 Kilometer. 10.000. Wir sind jetzt bei 29.000. Ihr habt ja Kando 151, 151, ja, das ist ja genau dasselbe. Also wer Gold hat, der hat automatisch sowieso schon Platin. Sammler. 2.000 auf 50.000 und wir haben 174.000. 2.000 Pokémon entwickeln. Vorher waren es 200. Also 200 entwickeln, 2.000 entwickeln. Wir haben 11.000. Züchter. 2.500 Eier. Wir haben 8.600. Backpacker. 50.000 Pokestops. Wir haben 246.000 Urlauber. Äh, 2.000 verschiedene. Die war auch neu, oder? Genau. Das war auch 10.000, 100.000, 2.000 und wir haben 6.000, 614. Äh, Kämpferinnen. Von 1.000 auf 4.000 und wir haben 26.000 Pikachu-Fan. 1.000 Stück. 1.600 haben wir. Johto. Habt ihr 70 gebraucht, dann 100. 100 ist voll. Kampflegende. Legendäre Raids. Wie gesagt, 1.000 auf 2.000 und wir haben 3.496. Bärenmeister. Bärenmeister. 15.000 und wir haben 66.000. Arena Leiter. 15.000 und wir haben 114.000. Pokémon Ranger. 2.500 Feldforschungsaufgaben. Wir haben 4.500. 20 beste Freunde und wir haben 365.000. 2.000 Trainer, 3.000 Trainer, 20 und wir haben 365 beste Freunde. Rechne das mal aus, äh, in Erfahrungspunkte, wie viel das sind. Tausche 2.500 Pokémon, wir haben 6.600. Dann 10 Millionen Kilometer, wir haben 11 Millionen. Das war aber knapp. Angler. Nein. Fange 1.000 große Kabador, wir sind bei 468, also da ist noch Luft nach oben. Teenager oder T-Nager, wie Schilling immer gesagt hat, 1.000 Stück, wir haben 871. Icognito. Uns fehlt ein Icognito. Und zwar das Fragezeichen. Das ist das allerletzte, was fehlt. Das gab es nur einmal, glaube ich, bei einem Go-Fest. Wird schwer da ranzukommen, außer in Zukunft, wenn sie mal irgendwas machen, wo es das Fragezeichen wieder gibt. Ansonsten kann, ich habe heute einen gesehen, der hat die, also eben haben wir die ganzen Leute gepostet und angegeben, der hat die 28 voll Platin. Glückwunsch. Wird kaum jemand haben. Wird hier, ach du Scheiße. 2.000 Raids, 1.115. Ich muss fast 900 Raids, 900 Raids sind umgerechnet 900 Euro, jetzt nehmen, um diese Medaille mir zu erkaufen. Höhen, äh, 134 von 135, okay. Sino, 103 von 107. Superliga, 1.000 Trainerkämpfe. Ich war froh, dass ich endlich diese drei Medaillen voll hatte. 200 habt ihr gebraucht. Jetzt geht es wieder weiter. Boah. Die schäbigsten Medaillen, Hyperliga-Art, das ist noch weniger. 400, 200, 200, aber überall muss 1.000 hin. Die haben bestimmt auch schon einige auf Gold. Ach, auf Silber. Ich weiß, Kameramann. Schnappschüsse. Die 200 waren schon mies. Wir sind schon bei 300. Dank den Sea Days, diesen Spezial-Tickets, diesen Ticket-Events mit 99 Cent, immer garantiert 5 Stück. Gut, sind jetzt wieder nur noch 91. Das dürfte noch passen. Einal, 132 von 156. Held. Besiege 2.000 Mitglieder. Da fehlen wieder 700. Triathlet, erreiche 100 Mal eine Pokémon-Fang- oder Pokestopp-Drehserie von sieben Tagen. Also 64 von 100, jedes Mal sieben Tage Fangserie zählt als ein Punkt und Stopse. Ihr könnt also theoretisch in der Woche zwei Punkte da drauf kriegen. Picknicker, verwende einen Lock... 5 Pokémon, 25 Pokémon, 500 Pokémon. Dann hätten sie doch 1.000 machen können. Sie machen 2.500. Also das finde ich schon heftig. Muss ich jetzt durch die Stadt laufen und den ganzen Tag Lockmodule überall hinschmeißen, in der Hoffnung, dass jemand Pokémon fängt, die aus diesem Lockmodul rauskommen. Oder zählt auch, wenn ich meine eigenen Pokémon aus meinem eigenen Lockmodul fange. Also ja, natürlich, klar. Es, äh, verwende ein Lockmodul. Das würde ja im Endeffekt heißen, ich muss noch 2.000 Lockmodule setzen. Oder zählen die Pokémon aus dem Lockmodul? Oder zählen die Lockmodule, die ich setze? Also die mit, das ist total komisch gemacht. Ach, trainiere 1.000 Mal, ja, komm, geh doch weg. 1.000 Mal trainieren und jetzt 2.000 Mal, alles klar. Mahlzeit. Erlöse 500 Krypto, erlöse 1.000. Ich glaube, manche Medaillen muss man nicht haben. Besiege den Boss von Team Go Rocket. Ich habe 8. Wie viel habt ihr? Hat jemand mehr als 8? Eigentlich habe ich alle mitgenommen. Und dann 50. Das sind 50 Monate, aber weil er ja nicht mehr jeden Monat da war, zieht sich das halt noch. 100 Jahre. 100 beste Kumpel. 200 beste Kumpel. Ich habe keinen Bock mehr. Trainer Hoffnung. Besiege 50 verschiedene Pokémon-Arten in Raids. 2, 10, 50, 150. Was soll denn da alles rein? Da muss man ja jeden Raid machen, der kommt. Jeden Einer, jeden Dreier, jeden Fünfer. Ja, Zweier, Vierer gibt es ja nicht mehr. 150 verschiedene Arten, Pokémon-Arten in Raids. Na gut, wenn man nur einen Monat lang immerzu dasselbe macht, dann gewinne 1.000 Raids mit einem Freund. Gewinne 2.000 Raids mit einem Freund. Also die sind eigentlich schon cool, ne? Da ist wenigstens noch ein bisschen Platz nach oben. Wayfarer, 1.000 Vereinbarungen, 2.000 Vereinbarungen. Ne, 1.500 nur. Okay, Erbfolgerin. 50 Mega-Entwicklungen. 500 Mega-Entwicklungen. 1.000 Mega-Entwicklungen. Wieso nicht? Können wir den Raids wieder zusammen verbinden? Macht halt jeden Mega-Raid, den ihr seht, zusammen mit Freunden. 24, 36 und 46. 46 müsste auch die Gesamtanzahl sein, was es überhaupt gibt. Dann ist hier aber alles voll, weil, weil, hier kann man ja gar nicht weitermachen. Ihr seht, ach, bei den Typ-Medaillen, es ist alles voll, bis auf Drache. Hier, Schulkind, Typ normal. 49.000 von 2.500. Kampf, 9.000. Flug, 31.000. Gift, 29.000. Boden, 13.000. Gestein, 9.000. Käfer, 26.000. Geist, 5.000. Stahl, 4.000. Feuer, 9.000. Wasser, 32.000. Pflanze, 17.000. Elektro, 8.000. Psycho, 14.000. Eis, 6.000. Unlicht, 7.000. Fee, 6.000. Drache, 2.300. Von 2.500. Ist an sich gar nicht mehr so viel. Jetzt nochmal ein C-Day. Super C-Day. Mit Kindwurm. Medaille pushen. Tratini. Medaille pushen. Also, ja, ist an sich recht interessant. Checkt das mal aus. Könnt ihr mal gucken, wie viele ihr habt. Gerade hier unten von den Typ-Medaillen fehlt mir nur noch eine. Hier oben sind etliche dabei. Etliche noch offen. Also, das ist auf jeden Fall bunt gemischt. Ansonsten... Jetzt fängt das auch noch an und schneit in der App. Digga, wo kommt der Schnee her? Hä? Was habt ihr vor? Die Go-Kampflieger-Season ist auch noch beendet. Dann machen wir nämlich folgendes. Wir gehen auch mal hier... Oh, Moment. Ich mache mal ein Sternstück an. Denn ich glaube, beim Sternstück sollte es doch richtig fett Staub geben, wenn wir das jetzt hier abholen. Denn wir waren ja Rang 10. Toll, Fehler beim Laden der Season-Ergebnisse. Mach jetzt nicht den. Ich will einmal das richtig abholen. Jetzt ist es schon vorbei, ja? Rang 1, vorher Rang 10, 75 von 135, 219.000 Staub. Toll, was war das denn? Ich wollte sehen, was es da gab. Also, habe ich jetzt überhaupt irgendwas bekommen? Ich weiß es nicht. Wir gucken auch mal hier rein. Was ist das? Hier, Feldforschungsdurchbruch haben wir auch nicht abgeholt. Spezial gibt es nicht. Wir, äh... Holen wir noch den letzten Feldforschungsdurchbruch ab oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir nehmen nochmal mit. Ansonsten gibt es ja eh nur Labras und das andere Teil, äh... Das Flampion. Wir müssten jetzt hier also noch ein Togetic rausbekommen. Eigentlich. Wir gucken mal kurz, ob das noch das Togetic ist. Müsste aber sein. Das andere ist ja erst ab 1. Dezember 22 Uhr. Wir nehmen hier noch ein Togetic mit. Schön im Windermandel. Geben eine Beere drauf. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Dann mache ich gleich mal hier ein Screen. Kann ich gleich in die Gruppe schmeißen und die Leute schockieren und sagen, guck mal, da schneit es. Wenn es bei euch auch geschneit hat, schreibt es mal in die Kommentare. Wer hat den ersten Schnee gefunden? Ansonsten weiß ich nicht. Die besinnliche Zeit geht los. Schnee in Pokemon ist auf jeden Fall immer richtig genial. Wir gucken jetzt mal kurz hier. Da habe ich es aus Versehen als Favorit markiert. Ist ein schlechtes. Ist aber nicht schlimm. Denn wir können uns noch ganz kurz hier angucken, was im Heute-Tab steht. Eine Pionier 40 Herausforderung. 10 Power-Ups bei Pokemon. 15 Bären. 5 gute Würfe. Okay. Herausforderung 1 von 4. Gibt es also da 4 Kapitel. Und hier müssten ja die Sachen sein für die Level-Aufstiege von Level 40 zu 41 und so weiter. Drücken wir hier auch mal kurz drauf. Da sehen wir nämlich, was wir brauchen. Erzähl keine Märchen, Bruder. 20 Power-Ups beim legendären Pokemon. Gewinne 30 Raids. Fange 200 Pokemon an einem einzigen Tag. Da werden wir dann... Level 41 Brille. Braucht man auf jeden Fall unbedingt. Da werden wir wieder ein paar Folgen dazu machen. Jedes Level werde ich in einem extra Video würdigen. Werde was dazu zeigen. Das waren jetzt auf jeden Fall die Medaillen. Schnee ist da. Level 50 ist da. Äh... Alles ist da. Freut euch auf jeden Fall. Der... Fortschritts-Balken unten von den Erfahrungspunkten ist auch wieder da. Das finde ich generell richtig genial. Denn nach Level 40 war der ja dann weg. Und jetzt ist er wieder da. Und jetzt habt ihr einen schönen gelben Strich. Oder einen blauen oder einen roten. Je nachdem welches Level ihr seid. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.